Eine Forscherin erhält Aufträge von Behörden, Erzeugerverbänden und Unternehmen, um Umweltwirkungen der landwirtschaftlichen Produktion und von Nahrungsmitteln zu berechnen. Eine Herausforderung ist hierbei, die Datenflut aufgrund einer Vielzahl an Produktionsdaten und davon beeinflussten Umweltwirkungen. Haben Sie auch Probleme, grosse Mengen an Daten im Bereich der Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion zu analysieren? Dann haben wir die Lösung für Sie. Salka Future. Dies ist ein Experten-Tool zur Erstellung von Ökobilanzen für Landwirtschaftsbetriebe, landwirtschaftliche Produkte und Nahrungsmittel. Mit Salka Future können verschiedene Aspekte der landwirtschaftlichen Produktion flexibel, präzise und differenziert abgebildet werden. Ob Landwirtschaftsbetrieb, Parzelle sowie pflanzliche oder tierische Produkte, all dies lässt sich in einem einzigen Tool analysieren. Das bedeutet, alle relevanten Umweltaspekte sind abgedeckt, etwa die Nutzung von Energie-, Land- und Wasserressourcen, aber auch die Auswirkungen auf das Klima, auf die Luft-, Boden- und Wasserqualität, auf Biodiversität und menschliche Gesundheit. Salka Future unterstützt Forschende in der Ökobilanzierung, indem es sowohl das Datenmanagement wie auch die Berechnungen erleichtert. Die Ergebnisse lassen sich hierbei einfach exportieren und in einem Tool nach Wahl weiter auswerten. Die eingesetzte Ökobilanzmethode Salka bringt aktuelle Erkenntnisse aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zusammen und wird laufend weiterentwickelt und aktualisiert. Die Ergebnisse sind transparent und lassen sich einfach nachvollziehen. Und durch das Webinterface ist sowohl ein interner Zugriff, wie auch ein externer Zugriff durch Projektpartner einfach über das Internet möglich. Der gesamte Prozess der Ökobilanzierung wurde dank Salka Future optimiert und lässt sich nun effizienter durchführen. Salka Future wird ab sofort bei Agroskop genutzt und steht auch für interne und externe Kooperationen zur Verfügung. Die Forscherin hat nun mehr Zeit, um die Methodik weiterzuentwickeln und neue Lösungsansätze für Praxis und Gesellschaft zu finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017